Kasachstan ist in Zentralasien gelegen und mit rund 2,7 Millionen Quadratkilometern der neuntgrößte Staat der Erde sowie der größte Binnenstaat. Die Bevölkerung beträgt jedoch nur knapp 20 Millionen Einwohner. Hauptstadt ist seit 1997 die Planstadt Astana. Das Land grenzt im Norden an Russland, die kasachisch-russische Grenze ist 7.644 Kilometer lang und damit die weltweit längste Grenze zwischen zwei Staaten. Im Osten grenzt es an die Volksrepublik China und Kirgizistan, im Süden an Usbekistan und Turkmenistan und im Westen ist es Anrainer des Kaspischen Meeres. Im Nordosten streckt sich der Altai bis nach Kasachstan. Südlich davon zieht sich das Tabagatai-Gebirge in Ost-West-Richtung. Im Osten und Süden reichen verschiedene Ausläufer des Tian Shan bis nach Kasachstan. Hier befindet sich im Dreiländereck mit China und Kirgizistan der mit 710 Metern höchste Berg des Landes. Die kasachische Schwelle im Landesinneren reicht dagegen nur Höhen von rund 1500 Metern. Im Westen bildet das lediglich 650 Meter hohe Mugoja-Gebirge die südliche Fortsetzung des Urals. Der Rest des Landes ist relativ flach. Die wichtigsten Flüsse sind der Irrtisch, gleichzeitig der längste Fluss Kasachstans, der Syrdaya, der Ural, der Landesteil westlich des Flusses wird geografisch oft zu Europa gezählt und der Ili. Außerdem liegen im Land insgesamt rund 48.000 Seen, besonders im Norden, die meisten Salzseen. Der Balchraschsee hat die Besonderheit, dass der westliche Teil aus Süßwasser und der östliche aus Salzwasser besteht. Vom Aralsee sind durch die starke Austrocknung nur noch Restseen übrig. Im Osten sind auch der Seissansee und der Alakölsee zu erwähnen. Klimatisch wird das Land stark durch seine Lage inmitten des Kontinents geprägt, wodurch die Temperaturunterschiede zwischen Wintern und Sommern sehr groß sind. In den Bergen im Osten und Süden herrschen polare und alpine Klimate vor. Entlang der nördlichen Grenze sowie in einigen Regionen des Ostens ist das Klima gemäßigt kontinental mit kalten Wintern und warmen Sommern sowie ausreichend Niederschlag das ganze Jahr über. Große Teile des Landes sind jedoch recht trocken. Die nördliche Hälfte weist ein kaltes Steppenklima auf und die südliche Hälfte ein kaltes Wüstenklima. Im Süden ist ein kontinentales Klima mit heißen und trockenen Sommern vorzufinden. Ein großer Teil des Landes besteht, wie sich auch auf der Satellitenaufnahme erahnen lässt, aus der sogenannten Kasachensteppe, die als größte Trockensteppe der Welt gilt. Im Süden geht sie in Halbwüsten und Wüsten über. Zur Tierwelt Kasachstans gehören sowohl die kaspische Robbe wie auch baktrische Kamele oder Schneeleoparden. Die Bevölkerung lebt besonders im Süden und Norden, während große Teile des Zentrums nur spärlich bevölkert sind. Größte Stadt ist die ehemalige Hauptstadt Almaty im Süden, mit mehr als zwei Millionen Einwohnern. Darauf folgen Astana und Schümkent mit jeweils mehr als einer Million Einwohnern. Weitere größere Städte sind Aktöbe, Karagandhi, Taras, Öskämen und Pavlodar. Ethnische Kasachen machen heute rund 70 Prozent der Bevölkerung aus. Wichtigste Minderheit sind ethnische Russen. Diese machten vor dem Zerfall der Sowjetunion deutlich über ein Drittel der Bevölkerung aus. Deren Anzahl ist jedoch rückläufig und Russen, die besonders im Norden und in Almaty leben, machen heute nur noch 15 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Der Hauptgrund für die Verlegung der Hauptstadt von Almaty nach Astana, Hauptstadt auf Kasachisch, war im Übrigen die Idee, eventuellen Sezessionsbestrebungen der mehrheitlich russisch besiedelten Regionen im Norden entgegenzuwirken. Weitere Minderheiten sind Usbeken, Ukrainer und Uiguren. Kasachstan-Deutsche machen nun heute nur noch rund ein Prozent der Bevölkerung aus. Amtssprachen sind Kasachisch, eine Turk-Sprache, dessen Schrift aktuell von Kyrillisch auf lateinische Buchstaben umgestellt wird, und Russisch, das von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung gesprochen und verstanden wird. Rund 70 Prozent der Einwohner sind sunnitische Muslime, während fast ein Viertel der christlich-orthodoxen Kirche angehört. Kasachstan ist Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion. Wichtigste Handelspartner sind die Nachbarn Russland und China. Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt knapp 13.000 US-Dollar. Die Landwirtschaft steht für weniger als 5 Prozent der Wirtschaftsleistungen, beschäftigt aber fast ein Viertel der Erwerbstätigen. Wichtigstes Erzeugnis ist Weizen, auch für den Export. Daneben spielen Gerste, Baumwolle, Zuckerrüben, Sonnenblumen und Flax. Kasachstan ist vor Russland der weltweit größte Produzent, eine Rolle. Außerdem gehört das Land zu den größten Erzeugern von Melonen. Wichtigste Exportprodukte und Grundpfeiler der kasachischen Wirtschaft ist jedoch die Förderung der Bodenschätze des Landes. Allen voran die großen Erdöl- und Erdgasvorkommen. Weitere Ressourcen sind unter anderem Steinkohle, Uran, das Land ist weltweit größter Exporteur, Kupfer, Bauxit, Eisen oder Gold. Zu weiteren wichtigen Industriesektoren gehören die Metallverhüttung, die chemische Industrie, der Maschinenbau, Textilien und die Nahrungsmittelindustrie. Die Industrie steht für rund ein Drittel des BIPs. Bei den Dienstleistungen sind unter anderem der Finanzsektor, Almaty ist das wichtigste Finanzzentrum und der Einzelhandel zu nennen. Von dem über 14.000 Kilometer langen in russischer Breitspur gebauten Eisenbahnnetz sind nur rund 3.000 Kilometer elektrifiziert. Die wichtigsten Passagierflughäfen befinden sich in Almaty, Astana und Aktau, wo sich gleichzeitig der wichtigste Hafen des Landes befindet. Bei Baikonur befindet sich der gleichnamige weltgrößte Weltraumbahnhof. Die naheliegende Stadt und das Kosmodrom sind von Russland bis zum Jahr 2050 gepachtet. Hier endet der Überblick zu Kasachstan. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.